Ich bin Götz und erkläre euch jetzt Wohnmobiltechnik. Heute geht es um Ladetechnik. Dieses Ladegerät ist in den meisten Reisemobilen verbaut, hat 15 Ampere, weder Temperatursensor noch irgendwie eine vernünftige Kennlinie, die man einstellen kann. Dass das im Reisemobil ist, kann ich nicht verstehen. Das ist der berühmte EBL-Block, da kann man eine Gelbatterie einstellen, eine Nassbatterie. Das Ladegerät hat 16 Ampere. Hier ist jetzt ein Profi-Ladegerät von WCS. Warum Profi-Ladegerät? Erstmal fängt es an, dieses Ladegerät hat schon mal einen Temperatursensor. Hier wird die Batterietemperatur überwacht. Das nächste ist, dieses Ladegerät hat alle Kennlinien. Lithium, AGM, Nassbatterien, alles. Man kann alles an diesem Gerät einstellen. Was hier nicht geht und hier nicht geht. In sehr vielen Reisemobilen setzen wir so ein Ladegerät hier zu. Warum? Dieses Ladegerät ist viel zu schwach für zwei Batterien. Man sagt immer, von der Nennkapazität einer Batterie sollte man zwischen 10 und 15 Prozent Ladestrom zur Verfügung stellen. Eine 100 Ampere Batterie bräuchte ein 15 Ampere Ladegerät. Jetzt haben wir aber zwei drin und schon laden wir nur noch mit 7,5 Ampere. Aber auch nur, wenn im Wohnmobil keinerlei Verbraucher an sind. Ist irgendein Verbraucher an und wir haben Fernseh das und Pumpe und was weiß ich an, dann haben wir vielleicht noch einen Ladestrom von 9 Ampere und den müssen wir wieder verteilen auf zwei Batterien. Dann haben wir 4,5 Ampere. Es funktioniert nicht. Diese sind eigentlich ungeeignet. Diese Geräte braucht man aber nicht ausbauen. Man kann zu diesem Gerät ein Profi Ladegerät dazusetzen. Dann sieht es so aus. Dann hätten wir jetzt eine Ladekapazität von 40 Ampere und das wäre einfach für diese Batterie ganz ganz wichtig. Der Temperatursensor, den setzen wir hier drauf, die wird überwacht und wird richtig geladen. Zum Beispiel die AGM mit 14,8 Volt, was sehr sehr wichtig ist. 14,4 Volt, Dino 14,2. Warum 14,2? Weil es eine Nassbatterie ist. So sieht es aus. Bei Lithium, 140 Ampere Lithium, 180 Ampere Lithium, sieht es auch wieder ein bisschen anders aus. Und da muss ich mich immer ärgern, wenn ich auf diesen ganzen Homepagen gehe. Dann wird geschrieben, Lithium-Akku in einer Stunde geladen. Praktisch geht es gar nicht. Warum? Wie will ich denn mit einem 15 Ampere einen Akku, der 140 Ampere, wenn er leer ist, in einer Stunde laden? Dann käme so ein Gerät, so ein Riesengerät ins Spiel. Auch der wird es nicht schaffen. Dieses Ladegerät hat 100 Ampere. Wenn ich 140 Ampere aus der Batterie rausgenommen habe, die ist leer, muss ich auch 140 Ampere zurückschicken. Also bräuchte ich schon ein Ladegerät mit 140 Ampere, um diese Batterie in einer Stunde zu laden. Das nächste ist, für die kleineren Fahrzeuge dieses Ladegerät oder dieses Ladegerät. Man fährt zu Hause los, die Batterien sind nicht richtig vollgeladen. Kommt das nächste Problem, während der Fahrt wird der Kühlschrank auf 12 Volt geschaltet. Dann kriegen wir kaum noch Ladestrom nach hinten. Die Batterien werden immer leerer. Dann kommt natürlich wieder der Ladebooster ins Spiel. Die Elektrik in den Reisemobilen, auch in den kleineren Fahrzeugen, ist einfach mit diesen Sachen nicht geeignet. Es kann nicht funktionieren. Es sind nur Probleme und die Probleme sind vorprogrammiert. So, liebe Wohnmobilisten, jetzt macht euch mal Gedanken um eure Ladetechnik. Und wenn ihr Fragen habt, fragt den Götz. Musik 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 Musik